Wir gönnen uns aber jetzt erstmal YouTube-Kacke, ja? Back to the Future, PaulTV-Kulabo, äh, meiner Mosel. Okay, let's go. So asozial. Scheiße, dass wenn das übersteuert. I'm gay! Ja, alles gut, Tobi. Hab ich denn nicht gesagt, du sollst dich hier ficken lassen? So was. Wie viel dabei hast du Geld, äh? Tja, wie viel willst du denn haben, Biff? So legst du das nochmal hin, oder? Hä, was ist mit den Augen los? Ist das normal, oder trifft die mit... Also, Kick Me steht hier hinten drauf. Na gut, Milchgesicht. Ich verpasste jetzt so ein... Oh Mann, warte, Biff. Was ist das? Das ist Calvin Klein. Oh mein Gott, der ist klein. Hey, du Wichser. Warte, lass mich mal nach oben. Junge, wie die übertreiben einfach. Ja, die ist die kaputt. Dann kann man es erleben, wenn die... Ich bin mit Vollheidegger. Welt sei mitgegrüßt. Also, ich weiß nicht. Ich finde es zu weinen, finde ich es ein bisschen unlustig. Zum Antrennen finde ich es schon lustig, weil es einfach eine komplette Übertreibung ist, ja. Komplett unlustig. Hallo, Pastor. Hallo. Was ist das für ein Ding mit dir? Ja, das ist ja alles. Junge, die haben den einfach totgefahren. Wie hast du uns ja einfach... Vor allen Dingen, wie schnell das einfach weg ist. Wie kann man eigentlich Frame für Frame zurückgehen? Kann mir das jemand sagen? Auf welcher Taste macht man das, dass man Frame für Frame zurückgeht? Und? Und das hier, warte. Ah, lol. Ehrenmann. Ehrenmann. Okay, hier trifft er Trauer. Und hier matschst es einfach. Zerquätschig. Der Lohle. Schass. Deja vu. Warum? Das ist so random einfach. Aber das werde ich schon nicht rausfinden. Das Outro ballert auch ziemlich rein. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ja, an sich ein gutes Video. Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Das war so ein bisschen ruhig, aber auch trotzdem lustig. Tschüss, ja. Bis zum nächsten Mal.